Willkommen bei der Lektischow mit mir, Florian Streletz. Schauen wir einmal zurück auf die letzten Staffeln. Wir haben es erfolgreich geschafft, seit 56 Jahren keinen Grimme-Online-Preis zu gewinnen, denn es liegt ja bekanntlich ein Fluch auf dem Grimme-Online-Preis. Wer ihn gewinnt, verschwindet kurz danach auf unerkleidliche Weise. Wie zum Beispiel Gabi Gabstapler, die den Online-Preis 1976 gewann und danach kein Tweak mehr von ihr auf Twitter. Okay, sie war unter zwei, aber das hat damit nichts zu tun. Und sie ist nur eine von vielen, von denen man nach dem Grimme-Online-Preis nichts mehr gehört hat. Und das betrifft auch den Deutschen Comedy-Preis, den Bambi, den Echo, den Neuen Echo, den Oscar und sogar die Venus. Wobei da war es wegen Huppes. Also, wenn dir die Show gefällt, dann gib mir ein Like. Wenn sie dir nicht gefällt, ein Dislike. Mach ich auch meistens, der Host ist mir zu trans, transdimensional. Und vor allem hinterlass einen Kommentar. Und wenn euch noch langweiliger ist, sprecht über die Show bei Twitter, Facebook, Instagram, Reddit und von mir aus auch auf Tinder. Und nicht vergessen, eine gute Nacht und viel Glück da draußen.